Hallo Leute, willkommen zum nächsten Video von Mr. Harry Skywalker und ja, wir sind heute wieder bei einem Let's Play dabei. Ja, also meine Let's Plays beziehen sich jetzt also auf Tipps, als ich gehe durch Tipps, wie ich es machen würde. Und ich habe schon eins gemacht und ja, es war nicht so, also es ist jetzt so, ich... wo haben wir das jetzt? Ich mache das jetzt so, ich suche mir jetzt eine geeignete Welt, Todesstern... ne, Unterbau. Also ich mache mal alle Republik und also alle vier Seiten und per den Klo kriegen. Und ja, ich gebe euch Tipps, wie ihr es am besten machen könnt. Und ja, ich bin halt technisch und unbegabt. Meine Hand steht vorm Fernseher, die Kamera. Und ja, aber wirft mir nicht dann einen Kommentar in den Kopf, ich soll mir halt eine bessere Kamera zu kaufen. Also ich soll mir ein Programm, also ich soll das dann so machen. Ich mache einfach so. Und ja, wir beginnen mit der Republik. Okay, da. Und ja, mit ihm hier. Okay, nehmen wir gleich den AT-AT. Dann laufen wir mal. Ja, da, da würde ich euch empfehlen. Nicht immer so, ähm, nicht mit der Munition sparen. Einfach da. Das macht sich immer wild und es geht herumballern. Und falls ihr nachladen müsst, ähm, ähm, schnell zur anderen Waffe wechseln, bis es überhitzt ist. Und dann einfach nur, also dann einfach nur herum springen. Ja. Also herum springen. Ich zeig's euch nochmal. Herum springen und dann einfach warten. Und dann, also mit der großen Waffe dann einfach herum springen und warten, bis ihr wieder vollgeladen habt und passt. Also da müsst ihr wirklich nicht mit der Munition sparen. Seht ihr? Also ich ballere, ich hämme einfach viel auf die Tasten drauf. Seht ihr so? Ja, jetzt wechsle ich zur, ähm, schweren Gruppe. Ja, da würde ich euch empfehlen, immer bis auf den Wind, also bis ihr das, was ihr eigentlich im Raketenwerf zerstören wollt, immer mit dieser kleinen Blasen, unterblasen Pistole. Ja, jetzt überhitzt das halt der Nachteil. Ne? Ja, der darf da so nicht, ne? Da gebe ich mir ein paar Tipps. Legt da, ne, da, ähm, so auf, macht das so einen kleinen Mühlenweg und versperrt denen das. Ne, da. Will ich das so ziehen und dann je weit weg die, also je weiter weg ihr seid, desto mehr Wirkung haben die Raketen. Also ja, ich zeig's euch mal vor. Und wenn ihr so wie ich den GAP da treffen wollt, der da hinten steht, auch so ranzoomen. Na, gehen wir mal näher. Laden mich nochmal auf. Daher gehen wir mal so. Ja. Ja, genau. Und wenn noch, wenn, jetzt hab ich halt Glück gehabt, dass der Mangel zu Minen, und auch einfach, wenn ein Minen fällt, wenn ihr Minen, Minen fällt, seht. Ähm, ja. Ballert auch einfach mit dem Raketenwerfer und mit dem EMP-Werfer drauf. Ja, ich bin halt draufgegangen. Ballert einfach drauf und die Minen werden ja, ich bin halt verstört. Äh, ne. Gehen wir... Gehen wir mal da her. Ne, die Scharfschütze. Ich geh jetzt wieder da rauf. Wo bin ich denn da? Ja, ah ja. Ähm, genau. Laufen. Also gebt mit der Scharfschütze etwas mehr Gas, weil sie hat zwar ein sehr effektives Scharfschützengewehr, und hinter mir ist anscheinend eine Magnawache. Nein, ich spiel mir jetzt nicht nur die Wanne. Ich spiel mir jetzt nicht nur die Wanne. Ich spiel mir jetzt nicht nur die Wanne. Ach, scheiße. Ach. Na egal, ich spiel Scharfschütze nochmal, damit ich aber, dass man wohl auch Gas weggapotenzieren kann. Also wieder genau. Ähm, wieder das wechseln zu einer DC-15, dass man mich das erkennen kann. Ja. Ja. Die sind 15. Ah. 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 Genau. Also ich zeig es jetzt mal schön. Ach. Dann ranzoomen. Ah, da ist einer. Und ja, ihr solltet immer so... Dann machen wir es mal da so... Der Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Republik. Also immer in Kopfhöhe zielen. Damit ihr, ähm... Ja. Ah. Ja, jetzt komme ich mal zu meiner, ähm, zuzeitigen, ähm, Favoritenklasse, nämlich die Techniker. Also ja, da würde ich es ausnutzen, dass der Detonations-Packs hat. Also ja, da solltet ihr halt immer gucken, ob jetzt keine Druiden, ähm, äh... Äh... Also ein paar Druiden hier sind. Jetzt noch mal anders. Und dann lockt sie halt so einen Detonations-Packs. Also scha... So. Und dann... Also ich glaube, ich verstehe, was ich meine, als nutzt diese Detonations-Packs wirklich aus. Also, so zum Beispiel... Äh... Ja, egal. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das ist vor allem in engen Gängen, wie im Todesstern oder in Tante 4, total, ähm, super. Und wenn ihr dann zu zweit spielt, dann könnt ihr auch Munitions-, ähm, und Gesundheitsleger... Das sind... Die nehmen dann sozusagen... Den... Äh... 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 Die nehmen dann sozusagen den Job von den, ähm... Die... Von den Ärzten. Also die haben die selben Funktion. Naja, jetzt hat es mich erwischt. Aber... Das ist halt... Macht es halt so. Okay. Die... Klung Commander... Äh... Äh... Ja... Hat echt eine geile Waffe. Das sind, glaube ich, die... Das sollte eine MG sein. Aber... Ja... Es sieht doch... Es sieht doch... Scheiße... Nein, ich bin mir doch mal. Also es sieht echt aus wie eine MG. Äh... Äh... Nur halt, dass es sie so über die Shooter trägt. Ja... Sollte die auch da so den Sonnen drüben ausnutzen? Sollte die auch da so den Sonnen drüben ausnutzen? Ja... Ja... Scheiße... Na... Egal... Wechseln wir... Also jetzt kommt der... noch die Chatgruppe. Boah... Boah... 19... Also jetzt ist es echt heftig. Jetzt sollten wir den Kommandoposten einnehmen. Ja... Also aufs Jetpack solltet ihr auch nicht wirklich sparen. Also so große Entfernungen... Oh... Scheiße... Boah... Auch wenn euch sowas mal passiert... Kann ich das Jetpack wirklich mal das Leben retten. Und ja... Ziemlich cool... Also das Jetpack solltet ihr auch nicht wirklich sparen. Naja... Jetzt übertreibt der Typ... Weil noch eins... Wir haben es zwar... Ferdling-Rakete? Was ist denn das? Achso... Hm... Gut... Wechseln wir haben... Schalten wir den Kampf nach hinten aus! Genau und da ist noch der... Der Machtlauf... Also... Der Mr Lauffield auf schnell laufen gehen... Ja und das coole ist bei den Jedi's, die können Panzer ausschalten, also die werden damit locker fertig. Ich zeig's euch. Ein Kommandoposten ist unter der Kontrolle der Elfobild. Also auch wirklich lieb, wie ich es bei der ersten, bei der normalen, beim normalen Stürmer gezeigt habe, als bei der normalen Klon-Truppe, wild auf die Tasten hämmern. Und ja. Ja, da ist der Nächste. Ja, haben wir eh gewonnen. Und ja, guckt euch mein nächstes Let's Play an. Also gucken uns noch die... Ah, 34. Ich seh, das kann man jetzt nicht genau kennen. Aber ja, tschüss und bis zum Let's Play der Druiden.